heilige Leute herzlich willkommen wieder bei dem nächsten episode von remember me und wir fallen jetzt ab zu nach oben was haben wir gemacht ey wie ist denn in dieses laboratorium gekommen wo Alter, die alle drehen durch. Gut. Uh-huh. Hmm. Halt durch, Bad. Ich bin fast da. Ach, nein. Das habe ich gemacht. Hm. Halt durch, Bad. Ich bin fast da. Hm. Hm. Nein. Alter. Manchmal geht die Regier echt verdammt langsam. Gut durch, Bad. Ich bin fast da. Wow. Oh. Fällensystemkontrolle versagt. Falsche Zuweisungen. W Eduardo es bleibt schon in der志ch Bad. Hey. Gott. Alois, Leute. Will ich sie? Oh, F**k! Egal, weiß ich nicht mehr wie es gibt wieder Komm, komm, komm Woh Woh Ich gebe nicht auf. Komm runter, runter, runter. Dann nach oben. Gut. Nein! Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Jawohl, meine verlorene Schwester. Das hatten sie mit dir vor, als ich dich hier befreite. Das ist krank. Wir müssen es beenden. Extrahiere sein Gedächtnis. Anders geht es nicht. Entschuldige, Bruder. Diesmal muss ich ohne deine Zustimmung in deinen Kopf. So leer. So wahr. Es ist nichts von ihm übrig, nur seltsame Erinnerungen. Sie haben alles von seinem Lockup gelöscht. Der Rest gehört nicht mal ihm. Das ist hier das Standardprotokoll. Ich nehme ihn mit. Memoriell Kapazität unzureichend. Beginne Transfer des Subjekts zur Hygiene-Grube. Bad! Ich muss Bad da rausholen! Du kannst jetzt hier nichts für ihn tun. Folge den Reminiszenen, die du eben geklaut hast. Sie führen dich zu Dr. Quaid. Ihn musst du stoppen. Oh, nee. Also, auch du ein Gedächtnisjäger. Natürlich nicht so gut wie deine Freundin Nillen, aber doch ein außergewöhnliches Subjekt. Wir isolieren einfach deine Besonderheit. So können wir Memorial Leiden viel besser verstehen lernen. Was haben sie mit ihm gemacht? Und wir verletzten Sie die Besonderheit? Ja, toll. Also? Okay. Äh, 2 Äh, 3 Äh Unter meiner Kontrolle verlässt du den Mus-Topf deiner Individualität und entdeckst einen Ozean kognitiver Lipa-Resonanz. Wirklich zu beneiden. Wirklich. Äh, okay. Ach, die Scheiße. Oh, yeah. Ich glaube, je längere Combo mit Schande, desto mehr Schande mache ich. Och, du Schein-Schande. Oh, du musst mir jetzt so lächstisch aufladen, glaube ich. Er wird. Mach dir nichts aus dem Schmerz. Von nun an unterdrücken wir ihn durch direkte Einwirkung auf die Memorial-Wurzeln. Sehr beruhigend. Für uns beide. Nicht wahr? Sie machen Gefangene zu Lipan und dann Lipa zu Haustieren. Dieser Quaid. Was für ein Freak. Wahre Monster sind Anomalien. Und Dr. Quaid ist mit Anomalien gespickt. Dieser Kerl verdient nicht, zu leben. Gut. Ah. Jawohl. Okay. Es gibt ein Gehirn, wo noch Strom. Komm. Hmm. oi 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 Boom aaaah Boah. wie verdammt knapp diese komfort medik medik a dies genau Juhu! So sollen sie sein. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Warte mal. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjekt Nummer 84217. Bad Request. Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quades irrer Vision. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwandlung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nie. Den kaputten Gehirnen dieser Menschen meine Persönlichkeit einzinken, war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren Tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekonvertierung. Wir müssen das stoppen. Gehirnen der Technik. Vom behindern nicht mehr als er тобой ist. Darüberiny sind die beiden. Der mussug der Pegasor weit weg Vielen Dank.